meine lieben e-football freunde die ereignisse überschlagen sich leute hier dieses picture wurde heute veröffentlicht ja ich habe mir die mühe gemacht jetzt mal wieder news zu bringen schon lange habt ihr keine e-football news mehr gehabt auf diesem kanal aber heute hat konami auch deren offiziellen homepage was zu e-football 2023 veröffentlicht endlich es kommt ja so ein bisschen unerwartet das ist jetzt schon auf 20 23 updaten das game also damit hätte keiner gerechnet jeder hätte er gesagt so es kommt season 3 es kommt aber anders als man denkt ist ja konami so sieht aus season 1 wird es wieder heißen denn e-football 2023 und was diese season 1 beinhaltet leute erfahrt ihr hier in diesem video wenn euch das gefällt dass chris cross wieder e-football news bringt dann lasst an dieser stelle noch gerne ein like da würde ich absolut feiern leute die christmas armen jetzt auf twitch ordentlich am representen momentan also kommt auch auf meinen twitch kanal ja leute ihr seht ihr auch zwölf stunden stream ist geplant ihr habt es erreicht indem ihr auf twitch über 250 abos da gelassen habe dafür noch mal ein herzliches dankeschön und ich möchte es euch zurückgeben in form von entertainment und zwölf stunden lang e-football 2023 update party am 25 8 9 uhr morgens geht schon los leute da wird das game geupdate ich bin gespannt ob die super verlaufen und wenn nicht dann habe ich ein ersatzprogramm leute so spontan muss das ding dann auch einfach laufen also abonniert diesen youtube kanal wenn ihr weiterhin news haben wollt kostenlos ist das auf jeden fall am start und ein like wie gesagt immer nice so wir gehen jetzt aber rein und schauen uns das ganze mal an was konami da heute veröffentlicht hat let's go 20 23 season 1 unter season findet ihr das ja ganz normal auch der konami.com e-football homepage leute könnt ihr auch noch mal nachlesen so wir gehen das ganze mal durch was haben sie sich da neues überlegt ich habe auch noch so ein bisschen was anderes drumherum also bleibt auf jeden fall ja dran an diesem video es wird noch interessant hinten raus auch noch mal also nicht nur die homepage von konami zeige ich hier ich zeige euch ein paar trailer ich zeige euch neue partnerschaften also bleibt auf jeden fall dran es lohnt sich so season 20 23 beginnt bald in e-football world als verstärkung für das ruhmreiche star trio lionel messi neymar und takei fu sa kubo geben sich zwei neue weltweite botschafter die ehren e-football und führen das spiel zu neuen höhen der englische star dessen unvergleichliche passgenauigkeit die grenzen zwischen verteidiger und spielmacher verschwimmen lässt und der als bester zuspieler des modernen fußballs gilt und die portugiesische sensation die grandiose erfolg sekunde nummer acht die in jedem spiel mit vollem körperansatz dabei ist und das spiel perfekt lesen kann wir heißen trend alexander arnold und bruno verlandes in unserer e-football familie bekommt das freut mich besonders was alexander arnold angeht ich spiele ihn ja leute und bin mit ihm ja auch richtig krass in richtung der wischen 1 gegangen er ist einfach ein flankenkönig hinten rechts nicht mehr wegzudenken bei mir im team leider in dieser woche die form mal gucken heute das update mal gucken was er von der form hat ich kann alexander arnold wieder spielen feiere ich nachher bei mir im live so wir haben ihre bewegung und bekanntesten tricks mit hilfe von motion capture nachgebildet so entwickelt sich das gameplay gemeinsam mit dem sport das finde ich geil also sie haben weiter gecaptured sie haben fußballer anhand ihrer bewegungen anhand ihrer identität nachgestellt das werden sie jetzt vermerkt wieder machen und das bringen sie mit ein das feiere ich leute ihr könnt mal in die kommentare hauen was wünscht ihr euch noch in zukunft von efootball wenn man das hier alles so liest und mitbekommt sind sie ja erst am anfang leute man muss das ganz klar sagen jetzt abdaten sie das und dann kommt es immer kommen immer weitere updates wir können uns gleich noch mal anschauen und ich werde so ein bisschen meine prognose dazu äußern im kleinen ausblick geben was kommt in der zukunft noch was erwarte ich von efootball 2023 wo geht die reise noch hin darüber werden wir uns in diesem video auch unterhalten so von legenden die sich bereits im spiel verewigt haben bis zu jungen talenten die dem sport zu neuen höhen verhelfen werden erleben sie die grundlegende neuerungen der neuen saison von efootball 2023 hier sind sie noch mal abgebildet zu den trikots leute der hat mir auch dieses schöne trikot zukommen lassen ja da kann man sich echt darüber streiten was die japaner dafür im geschmack haben hauptsache bunt und flippig ich würde mal sagen kein bundesligist würde mit so einem trikot auflaufen eure kommentare dazu würde ich gerne mal wissen leute wie findet ihr diese trikots wie findet ihr diese farbgestaltung ist gewöhnungsbedürftig immer dieses bunte diese verschwommenen farben ineinander es lässt sich jetzt auch hier raus nicht ableiten welche menüfarben das neue efootball 2023 haben wird es wird in irgendeiner art und weise ein etwas anderen style bekommen denke ich aber ob es jetzt lila gelb wird ob es hier schwarz lila wird auch bis sogar hier orange lila wird keine ahnung also lässt sich hier nicht ableiten news season kickoff new player types and licenses also das ist das motto der neuen season one neue saison hat bekommen neuer spieler typ neue lizenzen das thema für die erste saison lautet news diesen kickoff new player types and licenses eine neue saison bringt auch immer neue spieler und trainer sowie neue wünsche und träume für vereine und fans mit sich schneiden sie sich an und erleben sie die rückkehr des fußballs mit den neuesten trikots und spieler daten ja das ist ja schon mal cool dass sie es updaten werden also einen leber ist glaube ich seit heute schon bei barca leute und natürlich werden die ganzen ja spieler transfers über die bühne gehen delikt wird bei bayern sein und so weiter die neuesten kids die neuen trikots werden eingefügt werden und so weiter das ist das ist ja schon mal geil new player types neuer spieler typ es gibt einen neuen spieler typ da habe ich ja mal gespannt leute was steht denn hier zwei neue spieler karten typen bieten ihnen beim zusammenstellen ihres teams mehr freiheit denn je nutzen sie die spieler entwicklung um selbst zu entscheiden in welche richtung sich spieler entwickeln das ist jetzt nichts neues wir werden weiterhin diese spieler punkte bekommen wo wir entscheiden können ob ein spieler schneller sein soll ob ein spieler bessere passwerte bekommt bessere fähigkeiten was seinen abschluss angeht und so weiter das kennt ihr schon also das wird in dem sinne nicht neu sein denke ich wir gucken uns das ganze machen wie das hier vielleicht auch erklärt ist highlight ausgewählte spieler die in der aktuellen saison aus der gewöhnlichen leistung gebracht haben und immer ein höheres entwicklungs limit verfügen als spieler im fokus ok also das sind noch mal highlight player leute also ich muss auch sagen denn 95 er bruno der geht ja dann wahrscheinlich bis 99 stein oder jetzt hier wenn alexander arnold von 96 ich weiß nicht ob das ein endlevel ist wenn man den ins team rein holt mit einem teamspiel stil von dann 100 prozent dann hat er wahrscheinlich ne 99 auf als rv also wir werden schon wieder kader erleben wo wir an die 100 dran kommen 199 das wird standard sein und jetzt frage ich mich an dieser stelle was werden denn die unterschiede zu den epischen spielern sein wenn wir hier die epischen spieler angucken hier werden die prägenen seasons von alten und neuen größen gefeiert sich verfügen über ein höheres entwicklungs limit als legendäre spieler das heißt das ist vergleichbar mit den ikonen damals von pest wenn sie sagen höheres entwicklungs limit dann wird es wahrscheinlich möglich sein ein 96 er sie doch noch richtung 99 zu pushen sagen wir es mal mit 100 team spielstil hat er dann 102 aber seht ob uns sein erneut die brauchen wir uns am team guck mal team junge du kennst du ja das ist schon geil karten bilder und spieler sind nicht final und werden möglicherweise noch angepasst ok die könnten so aussehen sehen stylisch aus finde ich auf jeden fall mal was anderes ja kann man sich darüber streiten mit dem gold und grüne sowie ist eure meinung dazu leute also ich finde diese diese neuen karten die sie als ambassador karten als botschafter karten von messi und neymar hatten die sind schon eigentlich nicht zu übertreffen diese geilen gold karts alter diesen krass aber heftig dass sie jetzt noch mal epische spieler einbringen das ist das ist noch mal was neues wo konami nicht nur legends reinknallen wird sondern epische player und habe ich gespannt wer denn da alles dabei sein wird ich hoffe ja immer noch auf koi und ich hoffe so neue lizenzen new licenses efootball 2023 profitiert von mehreren neuen lizenzen für das spiel zwei fußballvereine die sich in ehrbarkeit und herkunft ähneln wir dürfen AC Milan und internationale Milano aus dem schönen Mailand im spiel willkommen heißen auch dabei ist der aufsteigende adner des mexikanischen fußballs club america und die höchst brisante liga in der der verein spielt liga bbv amx neben den authentischen also wir sind jetzt erstmal im stil man sieht es auch hier nochmal AC inter das gibt es gar nicht was ist das für ein lizenz chaos leute letztes jahr hinter wieder weg AC weg dann wir achten jetzt wieder drin im tag wieder drin jetzt haben sie hier die komplette mexikanische liga am start neben den authentischen trikots werden die spieler von AC Milan und internationale Milano auch das e-football eigene trainings outfit im spiel tragen da verstehe ich jetzt nicht ganz also die trikots werden im spiel sein und das trainings outfit wird auch im gang tragbar sein ich weiß dass AC Milan und inter mit diesen trikots trainieren ja dazu habe ich noch mal was für euch leute hat kunami von der homepage runter genommen chris cross ist schnell schnell screenshot gemacht hier heute wieder pro to have joint the inter partnership family also noch mal die partnerschaft mit internet bekannt hier sieht man die trainingstrikots especially as we now have the naming rights to the club incredible use development center a place where the future stars of football are created die haben ein ein jugendzentrum da eröffnet so wie ich es verstehe immer englisch ist not so gut wisst ihr ja aber im inter auf dem trainingsgelände in intermailand da haben sie anscheinend da ein neues zentrum eröffnet und krass was kunami da bewegt bei diesen großen vereinen das ist schon geil das ist nice ne so das noch mal dazu dream team power packs es gibt auch wieder dream team power pakete leute was heißt das jetzt verstärken sie ihr dream team mit diesen neuen paketen club pack premium ambassador back ok wie sind wir unsere neue neuen partner vor allem AC Milan internationalen und club amerika wird es als club packs geben die elf spieler karten mit exklusiven designs enthalten diese drei kommen dazu ihr kennt es wir hatten zum letzten oder beim letzten spieljahr von bayern münchen von menschen und so weiter von barca jetzt wird es die auf jeden fall geben hier milan und inter und club amerika ob treuer vereins fans spielneunigen oder langjähriger veteran der seinen kader auch probieren will dieser ausbalancierten spielers jetzt machen ihr dream team noch wettbewerbsfähiger die spieler diesen paketen gehören dem spieler typ highlight an und verkörper mit den neuesten daten das hier und jetzt der fußball feiner ok da werden dann solche highlight player mit diesen werten am start seine ok das ist das ist aber allerdings der nationalmannschaft arnold und das ist hier der vereinsbrunner gucken wie diese highlight karten dann aussehen werden ok außerdem stellen wir unsere neuesten weltweiten botschafter trend alexander arnold mit seinen persönlichen premium aber da sofort am baza ins rampel licht das wird dann so eine special gold pack sein denke ich wie von messi und von neymann letzt den hole ich mir auf jeden fall arnold muss ins team rechte seite flanken gott in diesem einmaligen pack wird die phänomenale saison 2019 20 und alexander arnold gewürdigt in der seine endlosen pass aus dem rechten flügel sein verein zum nationalen erfolg führten und er ist als epischer spieler enthalten ok er wird die epische spieler sein zehn seiner besten teamkollegen werden sich ihm als highlight spieler anschließen also das pack wird sich denke ich mal auf jeden fall lohnen leute weil es ja ein liverpool pack wird das wird schon krass wird sich auf jeden fall gegönnt unsere andere neue botschafter bruno verlandes wird im herbst ebenso ein eigenes feld bekommen bleibt auch im laufenden okay das wird im herbst erst dazu gefügt das heißt es wird jetzt erst einen den power pack von alexander arnold geben manager pack das entspannt damit noch nicht genug wie veröffentlicht außerdem ein manager pack ein set von trainingsprogramm ein set von trainingsprogramm sowie ein trainer genie trainingsprogramm heißt du bekommst in diesem manager pack auf jeden fall diese übungsleiter diese trainingsübungsleiter wo du die die spieler mit trainieren kannst so wie ein trainer genie das für ihr team die zügel in die hand nimmt johann kreuz und kanavaro sind bereit und wie gemacht dafür im team auf die nächste stufe zu heben da habe ich mal gespannt also ich denke dass kanavaro und kreuz weder trainer sein werden die sehr teuer sind die man sich mit coins kaufen muss oder mit sehr vielen gepäß und die in jedem spielstil vielleicht den 99 haben damit die spieler sag ich mal höher gelevelt werden können ja ihr könnt mal in die kommenden tage hauen was hier denn meint leute was meint ihr denn dazu genießen sie die football 2023 mit diesen besonderen paketen in vollen zügen und erleben sie die fußball zauber und das talent unserer neuen partner feiner und botschafter gerade sie geben hier keinen ausblick wann kommen zum beispiel friendlies ich habe gehört jetzt sie sollen im herbst dazu kommen ja im oktober leute ja wir wünschen uns friendly matches viele wünschen sich auch koop zurück dass da ist nichts die rede von ist es hier noch keine roadmap veröffentlicht und so weiter leute da müssen wir noch so ein bisschen warten und geduld haben ja einmal kurz hier ich habe ja mit euch das zu brits video geguckt und das war interessant das hat der rennen galvania gepostet der update für die footballs 20 23 will come with the gameplay update a review was carried out in the attack and defense sectors also er sagt noch mal dass es dann überarbeitung im angriffs und verteidigungsverhaltung gab ob das jetzt stimmt und nur gerüchte sind weiß ich nicht leute ja so und wenn wir hier mal drauf gucken diese gerüchte machen auf twitter auch die runde android engine 5 in efootball 2025 ich weiß nicht wer da im hintergrund vielleicht dinge verrät wenn es so sein sollte leute ja da sind wir schon sehr sehr alt so sieht es aus leute ja und dann gehen gerüchte rum hier das sind fan art ne also lasst euch nicht blenden leute so wird das menü auf gar keinen fall aussehen das wünschen sich die leute dann auch ne also fall nicht drauf rein ist ja auch schön dass es das ist so gestalten und das ist so machen aber wird wahrscheinlich nicht der fall sein ich denke schon dass dieses grundgerüst bleibt wie wir es hier sehen aber so in der form nicht so leute dann gibt es einen neuen trainer und eine eine also eine erneuerung der partnerschaft north london ist red my friends north london ist red und ja wenn ihr nichts verpassen wollt leute kommt mal auf meinen twitch kann auch mein twitch kanal sei schon auf mein instagram profil in den stories poste ich immer alle news leute wann ich live stream auf twitch und so weiter wann neue youtube videos rauskommen also chris cross unterstrich twitch ihr seht es hier leute ist in der video beschreibung auch verlinkt so wie mein live stream kanal leute wo ich ja nächste woche donnerstag am 25.08 um 9 uhr online gehe also kommt auf jeden fall auf den twitch kanal leute lasst uns die 6000 follower voll machen kommen wir gehen schon steil richtung 6000 würde ich absolut feiern kommt auf jeden fall da drauf my friends ja was erwarte ich von efootball 2023 leute ich hoffe einfach dass sie in zukunft so ein bisschen das ganze system überarbeiten es ist nicht mehr so spannend für uns immer wieder in der liga zu starten sag ich mal zwei liegen unter der wir waren wir haben es zum beispiel den division 1 jedes mal gepackt an dieser stelle muss man auch sagen haste keine logische aber wir starten ja immer wieder ins rein müssen immer wieder in division 1 reiten ob das der sinn ist und dass man sich da alleine ein drauf einbilden sollen in seinem benutzerprofil dann einen möglichst franzen die wischen 1 zu haben und das ist dann dass efootball über jahre hinweg das ist dann so ein bisschen boring ich sage wie es ist leute das wird auf die dauer langweilig schreibt mir mal unter die kommentare was habt mir für erwartungen was wünscht euch in zukunft meine erwartungen sind auf jeden fall der freundschaft spielmodus dass wir gegen die freunde spielen können dass wir ein christos über das special machen können meine erwartungen sind auf jeden fall was ich mir wünsche im koop modus in zukunft der aber auch glaube ich ganz hinten dran steht und planen sie momentan nicht die meisterliga soll ja nächstes jahr im frühjahr kommen das ist auch noch ein geiles ding das möchte ich mit euch zocken ich hoffe auch dass sie da wirklich ja meinetwegen ein 30 euro ding draus machen aber sehr umfangreich nicht nur mal eben so hingeklatscht das würde ich mir wünschen und ich würde mir wie gesagt eine eine also mehr content wünschen einfach mehr aufgaben die man erledigen kann nicht nur diese diese blöden langweiligen events ich meine jetzt haben sie schon ein bisschen was gemacht dass man drei spiele hintereinander gewinnen muss um dann noch mehr gps zu bekommen was können wir mit den gps machen für leute wie ich die content creator sind die rein pain ist es wirklich nicht mehr spannend gps zu verdienen 200.000 300.000 ich habe zwei mille was mache ich mit den zwei mille da müssen sie mir und jetzt im e-football 20 23 oder 24 nachher irgendwann da müssen sie mir auch mal möglichkeiten geben leute für die grinder bestimmt nicht schlecht die ohne money spielen das spiel ist wirklich glaube ich eher auf die ausgelegt vielleicht sollte ich mal kein geld mehr investieren wer auch die leute merkt euch das zwölf stunden stream auf meinem twitch kanal immer die glocke auch an hier die glocke hat überall glocken an das muss richtig leuten jetzt in der nächsten zeit dann verpasst ihr weg weiter ist einfach so kommt auf meine channels leute lasst an dieser stelle doch ein like für dieses video da ich bin immer für euch da ich werde auch die football treu bleiben leute einige machen ja ja ein abflug in richtung fifa ich nicht bis kurz bleibt bei e-football leute ich habe schon gesagt ich hätte ich als grab dran rest in peace und ich bin dabei auch im friedhof leute ja auch wenn das so ausschaut dass das grab schon ausgeschaut wird wird die football bringt immer wieder was neues in konami überrascht uns hoffentlich in der zukunft mal im positiven sender leute macht's gut my friends haut rein und euer chris cross so so Vielen Dank.